Statt 4 Na was wohl das nächste Level ist? Statt 5? Niemals, dann kommt Schloss 1 Ups Oh, das ist ne kleine Energie Oh, ach Gott Die haben noch mal ein Schild erstmal, den man erstmal wegprügeln muss Ne, ich den schon wieder Da lobe ich mir, dass mein Charakter ein weißes Fell hat Ey, das ist echt bescheuert, ne? Ich tue mir da echt schwer Mal wieder Und ein großes Schwert, das erkennt man halt überall Was willst du mit dem... Okay, jetzt haben wir rausgefunden, was vorher dran ist Warum haben wir hier dran mit Eis? Was soll das denn? Jetzt hast du unsere ganzen Kollegen mit umgelegt, ne? Ja, stimmt Ich weiß und ich bin nicht stolz drauf Aber sie haben gewusst davon, sie sich einlassen Es ist immer wieder interessant mit dir solche Spiele zu spielen, hey Warum? Du trägst sehr viel zum Gesamterfolg bei Entschuldigung, ich wollte doch nur mal gucken, was dieses... Das hat so schön geleuchtet Oh, was ist das denn? Jetzt mal weg hier Ziemlich Angst auf irgendwas drauf zu schlafen Hier aber noch eine Bombe Warte mal, ich schmeiß mal die So, jetzt hab ich die Bombe Die Bombe ist besser als der kleine Ja, warte mal, warte mal, warte mal Sammel ich den gleich ein So, nicht den Hydranten hauen Ja, ist ja gut Dass auch mir so ein Fehler nochmal passieren würde Ah, 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 ah Niemals Nochmal Dieser dreckige Kübel, was hält der aus? Der bringt doch eh nix Ja Muss zerstört werden Einfach nur Wegen dem Hosengesetz Also der, 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 der Der Pammerwurf, das ist ja so krass gut mittlerweile Ja Alter, diese blöden Dinger da Ja Ja Stell euch schön da hoch Kopf ab Ja, ach so Ja, warte mal So Wollen ja nix vergeuden hier Wie lang die Wege... warte mal, da oben ist noch Kiste Jungs Jungs, wir müssen nochmal Platz machen Achso, da ist immer wieder Zeug drin Ist meistens so in den Kisten, dass da Zeug drin ist Ich wollte nur erwähnen, da ist ein Feuerhild dran Ja Der ist auch schon weg jetzt Was will ich denn? Achso, wir müssen Boah, das ist nicht gewesen So, jetzt geht's nicht Oh, der ging vorbei Ich schmeiß hier mit Bomben und Heilung um mich Bomberman Bomberman Damit haben sie nicht gerechnet Statt 5 abgeschlossen Easy Auch mal ohne, dass ich permanent draufgehe Vollgeil Ja, das ist richtig Das ist gar nicht Alter Hä, das war ein Knüppel Was? Egal, passt schon Am Tor, siehste, da kommt nix mit Statt nochmal Ah ja, klar Das war wohl der fünfte Der vierte Teil von der Stadt sehr unerfolgreich Hä, was jetzt? Nein, wir müssen nach links Oh, was ist denn da jetzt kaputt? Das ist aber unsere Das ist unsere hoffentlich Ah, den müssen wir beschützen Woah, woah, woah Was ist denn das für ein Ding? Seht her Das ist der Rambock Wir werden damit das Schloss dort zerstören Oh, der Rambock Ah Du willst mir sagen, wir haben einen Panzer? Wo warst du die ganze Zeit? Wir haben ihn gerade repariert Der Panzer ist nicht ganz so stabil, wie er aussieht Du musst uns also beschützen, bis wir das Schloss- Oh Natürlich Na los Geht's noch ein bisschen langsamer? Ich weiß nicht, das Ding ist irgendwie ein bisschen, das schaut seltsam aus Wie? Meinst du? Oh, der sind ja logisch Speerkämpfer? Äh, ich bin so gut wie tot Was? Du bist tot Ich bin nicht tot, ich bin doch da Achso, dann halt dich tot Ich komm nicht ran, Andy Ich komm nicht an die ran Schwertkämpfer böse Ich komm nicht ran Ich hab keinen einzigen Schlag gemacht Achso, jetzt bist du tot, ne? Jaja, ich lieg da flach und genieße das Leben Also, bin tot Töter geht's nicht, Töter geht's nicht Ey, halt mal Panzer, halt! Wir haben ja die halbe Armee schon verloren Äh, ich weiß nicht, was ich in die Sperrträger machen soll, wenn ich ehrlich bin Ich komm da nicht an den ran Vielleicht nicht von vorne angreifen? Ja, das hab ich versucht Mh, mein Ergebnis war hinten dann gelegen Okay, die krieg ich weg So, Waffe eingesammelt Oh, warte mal, da haut der hier unseren Panzer Niemand haut unseren Panzer Oh, ich muss nochmal was probieren Geht das? Ha, ich kann unseren Panzer heilen Achso, ja, das ist ja easy dann Ey, ey, die Sperrträger, ich komm nicht ran Ja, das sehe ich auch gerade, ich hab da auch ein bisschen Schwierigkeiten Vor allem wollen die nach hinten auch noch schlagen Ja eben, ich komm nicht ran Ich komm nicht ran Jetzt ziehst du ihn von meinem Hammer weg Das war geschickt Guck meine Lebensenergie an, der hat mich zweimal getroffen So, wenn er nicht, Lichter Äh, okay, ich hab Achso, einen kleinen Heili hab ich noch Das ist ja übel Doffel, Karöttchen Alles für das Eintopfpöttchen Oder so Ist leckeres Suppe heute Abend, hey? Können wir, können wir das Level jetzt abschließen? Dann nimmlob Machen wir die Axt Achso, das ist unsere Okay, so, jetzt schlafen wir die mal weg hier Also noch schau der Panzer dann ganz heile aus Ja, ich heile ihn auch jedes Mal Und dann ist echt, glaub ich, eher das Problem, dass wir heile bleiben Können wir das Level jetzt geschafft haben Warte, 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 warte Lass doch erstmal, warte doch erstmal ab Warum denn? Weil wir beide voll sind Glaube ich Dann verschwindet nur das Zeug Und vielleicht jetzt sterben wir, dann haben wir gar nichts davon Naja, wenn wir nicht wissen, was in der Kiste ist, dann wissen wir es nicht, aua Alter, ich bin tot, ein Schlag Ja, ich komm jetzt hinweg Einschlag Ja, ich hab's dir gesagt, ne Ja, na und, was hat ihr jetzt gebracht? Ja, wir hätten die Kiste rechtzeitig aufgebracht, ich hätte alles gelootet Ah, ja, super Ah, mich auf dich hören Also, die Sperrträger musst du machen, ich Keine Chance Ja, meinst du, bei mir schaut das insgesamt viel besser aus, oh Gott Ja, du gehst nicht so häufig down wie ich Ja, aber das, ähm, naja Die scheiß Dinger brauchen ein, zwei Schmäh Jetzt hab ich, wir hätten mal in den Shop gehen sollen Äh, jetzt hab ich noch nicht Ja, wir kriegen noch genug Heiltränke, sammeln's halt alles auf Ups Also Lava-Rababa Ja, vielleicht sollten wir jetzt auch mal die Hydranten mit kaputt machen, dann haben wir unsere kleine Mini-Armee immer noch dabei Ja, ja, ja Wie du mir da indirekt sagst, ich war schuld Hä? Nein, ich hab nur gesagt, was wir jetzt besser machen So Ah, da ist nur einer von diesen, von diesen Postern hier gesucht, aber ich kann nicht erkennen, wer oder was das sein soll Tja, alle Oh, Sperrkämpfer, Achtung Juhu Uiuiui Uiuiui Ich hab meinen ersten Sperrträger Alles durch heilen Es wäre cool, wenn ich noch so einen Tornado-Angriff hätte, irgendwie, wenn ich schön im Kreis drehe. Ui. Ja, ich hätte auch gerne kleine Atombombe. Damit ich alle Gegner wegmachen kann. Ähm, haben wir gegen den Sperrkämpfer schon mal probiert zu blocken? Vielleicht wirft das dann ja irgendwie zurück, oder so, oder? Äh, heilig mal. Alter! Echt jetzt! Achso. Das mit dem Malen. Hat sich schon in die Sicht. Da kriegst du eine Salve ab und dann bist du tot. Du brauchst echt mal ein dickeres Fell hier, Mensch. Jaaa. Achso, hoppa. Nicht Idiot, falscher Knopf. So. Ich mach jetzt die Kiste auf, kannst du sagen, was du willst? Ja, ja. Ja, guck! Da ist ein lilaner Deckel drin! Ein lilaner Deckel. Decker! Durch! Das ist was für dich, Mensch! Ich weiß, was ein Decker ist. Ey, ich bin schon wieder so gut wie tot. Ich renne nur durch die Gegend auf und dass ich nicht getroffen werde. So, ich hab mir wieder unser Teil da geheilt. Achtung! Stürzt gleich! Ey, ich bin so blöden. Ich bin so blöden. Ich bin so blöden. Ich bin so blöden. Den Drang nehmen wir natürlich dein Kind an. Boah, können wir jetzt nicht endlich mal ans Tor da ran? Äh, achso, ich wollte schon mal da intervenieren. Willst du mich auf den Arm nehmen? Die haben nen Panzer? Verteidig das Schofstor! Ja, 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 ja! Wie unfair! Ja, von hinten auch nochmal welche. Ja, ich bin tot. Ey, es macht keinen Spaß, wenn du mal so eine kleine Salbe abkriegst. Wenn du es schaffst, belieb mich wieder, weil dann kann ich das Ding auch gleich heilen. Dann konzentriere ich mich primär drauf, ähm, das Ding auch wieder zu heilen. Achso, Panzer hat schon... Tor! Tor! 1 zu 0 für die Schlafschafe! Für die Schlafschafe? Für die Schlafschafe? Die pennen doch so schön auf dem Panzer. Achso. Wahrscheinlich sind sie tot. Ach, die schlafen aber niedlich. Ja, guck mal, wenn das keine Waffe für dich ist. Ja, wahrscheinlich 80 Stärkeabzug. Vielleicht ist da jetzt ja auch mal ein bisschen was an den Hitpoints drauf, dass du nicht sofort stirbst. Ja, wo ist denn der Waffen-Yogi? Hä? Waffen-Yogi? Level-Yogi? Ja, genau. Ganz hinten. Ui, 8 bis 10 kritischer Treffer-Rüstungsschance-Brecher. So. Gibt's halt Teulche. Okay. Okay, ich muss sie mal da einkaufen. Hier? Nee. Was hat die da eigentlich? Verzierte Ack? Uh. Dieser Charakter kann es nicht kaufen. Oh, die ist auch ein bisschen teuer. Guck dir mal den Preiss an. Mhm. Geh mal hoch. Mhm. Da sind eigentlich auch noch zwei Sachen. Ja, der Schnitzer. Okay, und eins höher? Goldene Haken. Betäubungs-Chance ist natürlich nicht schlecht, ne? Ja, 15% ist auch gar nicht so wenig. Ja. Wo ich wohl aber eigentlich? Nee. Eier. Wir brauchen Eier. Eier, wir brauchen Eier. Eins, zwei, und die mittlere. Hm. Ja, da behalte ich mal nix. Äh, äh, äh. Ich behalte mal das so wie es ist. Alles für die Revolution, nix wird behalten. Revolutiona. Burg 1. Was haben wir denn noch? Also, das sind noch vier Level. Okay. Da sind wir. Ja, wir sind in der Burg. Geht vor und entdrohnt den König. Wir bleiben zurück und halten das Tor auf. Gut, wir sind jetzt so nah dran. Wenn wir diesen Hosenquatsch ein für alle machen. Auf, auf! Hat er sich bestimmt gedacht. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Hey, das ist fies. Das ist so fies, da so einen Drank an der Wand an zu legen. Oh nein. Oh nein. Ey, ich hab mich einmal getroffen. Halbe Energie weg. Das macht doch nix, wenn er gestand ist Oh nein, doch Was, guck dir das an, ey Guck dir meine Lebensenergie an Das war ein Treffer Dann nimm mal einen Eintrank Bevor du das wieder drauf gehst Saufer, du nur noch Heiltränke Ich weiß schon, wie ich die Folge dann hier Der Drunken Brawler Ernsthaft Ey, das ist doch wohl für ein Witz Die schlagen auch besoffen um sich hier Die zwei Kollegen da Der güldene Ritter Und du belebst uns wieder, bist du verrückt Da hab ich ihn aus dem Büssel Geschlagen Macht nix Ja, beidseitig kann ich blocken Ich freu mich schon auf den Moment, wenn drei von diesen goldenen Rittern hier sind Und noch ein paar Sperrkämpfer dazu, ne? Ach komm ey, ich mach nix mal weiter Du musst echt nochmal ein paar Talentpunkte nehmen, die Verteidigung bringen, glaub ich Kann ich wahrscheinlich gar nicht Oder gibt's die? Keine Ahnung Ein bisschen was wirst du schon haben Hast du mal Heilung? Willst du nochmal einen anderen Heiltrank noch reinballern? Sonst hab ich ja wieder nix mehr Natürlich Oh ja, ey Oh Gott, daneben gesämmelt Äh, ich, äh Schön, dass die es alle auf mich abgesehen haben Boah ey Diese Scheiße Von Dreckssoldaten Mist Viechergrüppel Dinger Ach Leute Egal welcher Move, ich bin so gut wie tot Es ist lächerlich und lästig Äh Achso, ich hab ja noch zwei große Heiltränke Das ist so nervig Die Rollentaste ist dein Freund Ja, ich roll die ganze Zeit Das bringt aber nix Wenn ich auch einmal getroffen werde Dann hab ich gleich die Hälfte der Energie verloren Das heißt, ich kann zwei Treffer vertragen Oh, da ist ein Schloss davor Da müssen wir länger draufhauen Nee Ich war da oben gestanden Ach, leck mich doch am Arsch Das macht keinen Spaß Ja, das hab ich jetzt auch nicht so ganz verstanden Das ist so lächerlich Oh Ey, nee Das Nö Vergiss es Vergiss es Zwei Treffer Was ist da denn ein Schild Schild Was ist da denn ein Schild Oh Oh Uiuiuiuiui Ich lieg halbtot am Boden Dann wirf noch ne Pumpe drauf Ja, es ist eh schon zu spät Ist egal Ja guck mal Wenn du so nen Schlag abkriegst Das zieht's ein Furzelchen ab Ich wär schon wieder halbtot Also Schau mal Wie lange du noch mitspielst Oh Okay Na toll Den Tränk Können wir uns sparen können Warte mal Jetzt müssen wir aber unbedingt nochmal zum Shop zurück Ja Wir haben jetzt alles an Tränken rausgeballert Was irgendwie da war Ich hab ja gesagt Ich wechsle die Klasse Aber es bringt halt nix Ja Ist wahrscheinlich schwierig jetzt mit dem Mit dem Level halt Ne Was halt fehlt Ja Wir können uns ja auch nochmal ein paar Leute mitnehmen Vielleicht geht's ja besser War das hier Ja Das war hier Eins Zwei Und Achso der hat nur Ach komm Da nehme ich noch einen Mitladen Oh was soll der denn da Können wir hier noch Leute mitnehmen Ja hier Achso Recruit zwei In unterschiedlicher Geschmacksrichtung Gibt's nur einen Recruit Oder kann ich was anderes Ich kann auch nur Recrufen machen Dann nehmen wir den großen Big Boy Die sehen zwar alle gleich aus Oh die können Die können auch Sich teleportieren Plus zwei Ich seh schon Der Endkampf Das wird dir das Ein richtiger Krampf Du Ja Da decke ich mich Nur mit Bomben ein Ist mir egal Muss so lebendig Da hinkommen Also werft uns wieder Diese Ja genau Das ist der Hammer Ich hab die Hälfte Energie Schon wieder verloren Einen Schlag abgekriegt Oh ey Ich könnte nur noch Heildring ist auf Im Gegensatz dazu Mach ich fast Keinen Schaden mehr Also stackern Lassen die sich nicht Nö Ich bin tot Es ist Es ist furchtbar Mal ein Treffer Du hast Du hast So ein Fitzelchen verloren Ja super Die Gefährten Hat sich echt gelohnt Hey Hör dir mal auf da Das ist nicht Nein Ja hallo Ey Meine Güte Kommt wieder das Problem Dass ich wieder hier halt Weil die zu schnell sind Hör dir mal auf da kurz Ich brauche mal Einen kurzen Gedanken Moment So genau Den Moment Hätte ich jetzt eigentlich gebraucht Aber es liegt auch schon Über den Dreck So faszinierend Wie viel du aushältst Ja bei der Combo Wäre auch wieder Wäre ich so gut wie tot gewesen Mit voller Energie Oh Gott ich hab nichts mehr Okay gut Ich würde sagen Bei der nächsten Welle ist So Ich die jetzt aufstellen Kannst du mir mal ein Heildrank Wie werfe ich denn Mit Rechtem Stick drücken Ach Rechtem Stick drücken Okay Danke Oh Mann ey Jetzt kommen nur diese Assi Gegner Ne ey Ne 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 Freunde Das Problem ist Ich brauche halt nicht mitkämpfen Ich rolle nur durch die Gegend Ich hoffe ich dass ich nicht getroffen werde Ja genau Was bist du jetzt Boah Alter Brandmeister Man könnte fast meinen Ich bin tot Ja super Ja ich bin gestern Ah 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 Hast du ne Heilung noch Vielleicht Ja wenn ich dazu komme Ach komm ey Heiliges Kanonenrohe Oh So Dann in der Treppe hängen geblieben Na super Es geht mir halt auch die Heilung Allmählich aus Ich bekomme ja nicht mal Meinen Balken voll Es ist der Es ist der allergrößte Hohn Wart Na Ja So Bin ich aber auch blank Ja ja Warte mal Da ist wieder Da ist wieder ein Heildrang drin Okay Was ist da noch was drin Nur Brot Brot und Spohlein Ach leck mich doch Boah Zwei Treffer Zwei Treffer Ey Ich befürchte Das heißt erstmal Levelgrinden Bevor wir da weiterkommen Es nützt nichts Wenn ich nach zwei Treffern Überweg bin Weil irgendwann Dann ist auch die Kohle dann weg Ja Das mit der Kohle Habe ich schon gemerkt Dass das irgendein Problem werden könnte Ähm Halt Ne Den Eier Mansch wollte ich nicht Den dran gemansch hier Boah Boah Du hast nicht genug zu essen Ja Das war's Letzter Run Dann bin ich dann Ähm Dann probieren wir es noch einmal Und wenn das nicht funktioniert Dann müssen wir wohl nochmal Irgendwann eine Grind Session einlegen Zwangshaft Äh Zwanghaft Also Keine Chance Die gucken mich hier nur böse an Und ich will hier aus Angst Schon die Hälfte der Energie Die fangen mich in der Luft sogar ab Achso du bist tot Da hab ich irgendwie einen Moment auf dich geguckt Hallo Ich komm nicht weg Nenn mich Zwei Treffer Joe Ich bin halt in meiner Klasse echt aufgeschmissen Weil ich die auch nix mehr stackern kann Das ist denen völlig egal was ich da treibe Ja gut aber Ja Ja okay Ähm Okay Dann ist der Plan jetzt da Wir machen jetzt mal Fertig mit der Aufnahme Hätte ich gesagt Ähm Wir leveln bis 199 Und dann machen sie alle mit einem Schlag weg Ja genau So ungefähr wird der Plan sein Also Dann ähm Sind wir das dann eigentlich recht erfolgreich Recht weit gekommen Und Ja Das Ende wird sich ein bisschen Auf sich warten lassen müssen Aber natürlich nicht für euch Weil für euch ist es ja alles An einem Stück lieber zu schauen Deswegen Ähm Wir haben ein bisschen Arbeit Und ihr das Vergnügen In dem Sinne Bis zum nächsten Mal Ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann